. 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 Das hat mich eigentlich gefühlt hier, mit dem Zug. Ja, ja. Man, das ist so schwierig hier. Aber du musst auch bedenken, dass Benzinpreise sind auch jetzt höher. Ja. Und auch, also alles ist ein bisschen gestiegen. Ja, am liebsten. Alles ist ganz normal. Natürlich im Vergleich zu Türkei und Iran und so weiter, wo zehnmal oder so steigen, nicht so, ja, sondern zehn Prozent, zwölf Prozent. Aber immer noch für Deutschland, das ist neu. Ja, stimmt. Weil in Deutschland seit zwölf Jahren oder so alles stabil. Ja, stimmt. Keine Inflation. Aber ich kann es vermeiden. Ja. Es gibt einen Krieg in der Mitte von Europa. Ja. Was würdest du erwarten? Stimmt, ja. Nächste Woche werde ich meinen neuen Song teilen. Ja? Ja. Wow. Sehr schön, sehr schön. Hast du selber alles komponiert und alles zu Hause gemacht, oder? Nein, nein, nein. Ach so. Das war bei meinem Studio. Du meinst einen anderen Song? Dasselbe Song, aber mit anderen Instrumenten und so weiter. Also du meinst diesen Song über Maske? Ja. Okay. Aber das habe ich nochmal, das haben wir nochmal genommen. Nochmal aufgenommen? Aufgenommen. Ja. Geht es um eine weiße oder dunkle Maske? Oder blaue Maske? Chirurgie Maske. Okay. Kannst du nicht schlafen? Nein, nein, nein. Nicht schlafen. Ich... Mann, ich kann kein Deutsch, Alter. Mit mir. Nicht schlafen. Nein, nein. Nicht schlafen. Nein, nein. Wann, das ist schon sehr schön. Wann, das ist schon sehr schön. Ich bin tatsächlich Ich bin der Ungekehr. Ich bin der Ungekehr. Ich bin der Ungekehr. Du hast ja meinen Bücher gezehn. Ja.